Aber Farmen, die sind GG. Oh ja, deswegen sollten wir hier auch nicht unbedingt das Farmland für sinnlose Sachen verschwenden. Mehr Worker, wenn wir schon mehr Nahrung haben. Und gut ist. Ja, von der Nahrungsproduktion her sieht es jetzt sowieso ein bisschen schlechter aus. Ich muss mal hier einen hinstellen, weil einer könnte mit einem Zombie schon fertig werden. Irgendwann beginnen nämlich die Zombies teilweise ein bisschen herum zu wandern. Vereinzelte wandern dann herum. Mein Holz, mein Holz wächst, mein Holz ist gut dabei. So. Ich möchte hier abdichten als erstes, weil die sind sehr nah an mir dran. Ohne, dass ich sie aufschrecke, natürlich. Hm, ich weiß zwar, oder ich glaube zu wissen, dass sie da nicht durchkämen, aber ich mache es trotzdem, als es schöner aussieht. Oh, Moment. Oh, da komme ich gar nicht hin. Dann brauche ich noch einen Ton. Hier hin. Ach, das macht mich, dass die da einfach rausgehen. Zombie aber Kalypse und die laufen einfach gemütlich raus, um Holz zu fällen. Schön gut. Schön gut. Wir brauchen mehr Holz. Dafür brauche ich mehr Energie. Erstes Mal, dass ich Energiebedarf brauche. So, Energie, Energie, Energie. Energie war auch hier. Die Mühle. Holz kostet sie. Und, ah, da sehen wir auch den Radius. Um den herum da Wege sind prinzipiell. Ah ja, verstehe. Diese Mühlen muss ich an verschiedensten Orten immer mal anbringen, weil, ähm, die auch bloß in einem bestimmten Radius platziert werden können. Ja. Wobei, hier oben könnte ich auch eine Farm noch hinbauen, könnte ich mir vorstellen. Wobei, so viel brauche ich wahrscheinlich gar nicht. Hier, da ziehen wir eine Mühle. Und dann fehlt mir schon wieder irgendwas. Holz natürlich. Holz, teures Holz. Produziert, glaube ich, 30 Energie. Ist auch die beste Art, meiner Meinung nach. Wartet, wie weit kann ich vorgehen? Kann ich noch einen... Ja, da könnte man noch einen bauen. Vielleicht ein bisschen runter, damit ich hier mehr Platz für die Farmen habe. Oh, seht ihr? Den könnte ich natürlich angelockt haben. Aber der kommt schon näher. Der läuft schon mir entgegen. Hier oben? Da kommt auch gerade einer. Die Ersten bewegen sich... Ey... Der greift jetzt mal einen in Bau befindlichen... Oh, shit! Und hat ihn kaputt gemacht. Und das Problem ist, wenn einer ein Gebäude angreift, erfolgreich angreift, dann wären die Arbeiter darin zu Zombies. Also, falls nur ein einziger Zombie hier durchbrechen würde und da angreifen würde, auf einmal eine ganze Zombie-Horde, die würden sich halt unglaublich schnell vermehren. Unglaublich schnell. Deswegen, ultimativ wichtig, abdichten. Wir brauchen Sicherheit. Sicherheit haben wir durch Türme, theoretisch. Hier drüben wird es jetzt ein bisschen knackiger. Ich werde hier abdichten. Wobei... Wie weit habe ich da Platz? Weil ich würde gerne das Wasser noch hernehmen. Okay. Schön. Also. Daran denken. Da könnte eine Quarry hingebaut werden. Hier ist ein guter Platz. Nice. Dann kann man hier abdichten. Oh oh, da kommt schon einer. Die werden jetzt langsam mobil oder aktiv. Nennen wir es aktiv. Langsam werden sie aktiv. Wir haben... Wir haben noch Energie. So langsam muss ich mich ja auch um andere Dinge kümmern. Nämlich um solche Sachen. Stone brauchen wir auch langsam mal. Quarry. Wood brauchen wir da mehr. Mhm. Oh ja. Und hier muss ich wieder den Turm aufbauen, weil er gerade kaputt gemacht wurde. Was? Great idea. No, I'm just kidding. So. Schön. Also hier will ich Mauern bauen. Damit ich hier noch ein bisschen vom Fisch bekommen kann. Und hier. Wobei ich mir sicher bin, dass ich so viel Fisch gar nicht brauche. Ich weiß, bei meinem ersten Testspiel... Okay. Vielleicht sollte ich... Äh... Ich hätte gerne eigentlich jetzt Tower. Dazu brauche ich aber erst die Erforschung dieser Tower in dem Wood Workshop. Ich habe nicht mal so viele Work... Oh, ich habe nicht mal so viel Nahrung. Oh, shit. Ich bräuchte mehr Nahrung. Wie ist das hier auf dem... Ah, hier könnte ich noch was bauen. Das ist schon mal nicht schlecht. So. Ich brauche... Ja. Irgendwann brauche ich viel Nahrung. Aber die Nahrung kommt dann hauptsächlich hoffentlich... Oder so denke ich... Dass es sein wird... Hauptsächlich von den Farmen. Weil ich habe hier viel... viel grünes Land hier im... Also, wenn ich schon wenig Platz habe und... und beschissenes Gebiet habe... So habe ich auf jeden Fall... Meiner Meinung nach... ein gutes... Moment. Wie kriege ich am meisten daraus? Habe ich ein... gutes... Farmland. Meiner Meinung nach. So. Hier müssen wir jetzt höllisch aufpassen. Vielleicht soll ich den Soldier runterziehen. Den brauche ich hier oben nicht. Der Turm, der... beschützt mich lang genug. Der kommt mit relativ viel... Oh. Ach so. Ne, der ist bloß sichtbar. Schön. Der stört mich halt schon ein bisschen. Komm hier. Komm ein bisschen näher. Der stört mich ein bisschen. Gut. Die Tower sind ready. So. Wie sieht es mit Holz aus? Holz ist okay. Läuft prinzipiell. Übrigens. wenn so ein Gegner in der Nähe ist. Close. Enemies. To close. In einem bestimmten Radius von den Gegnern kann ich nicht bauen. Also wenn sie angreifen, kann ich nicht einfach so immer mehr Türme spawnen lassen. Oder sowas. So. Dann machen wir erst hier dicht. Das ist nämlich das wichtige Land. Leider kann man... Ja, man kann halt immer nur so schräg bauen. Dann machen wir, glaube ich... Ähm... Wie habe ich mehr davon? Ich baue mal ein bisschen safe. Nicht so nah an die ran. Wusch, wusch. Wusch, wusch. Gut. An der Seite ist safe. Gleich. Zumindest. Holy moly. Da sind jetzt schon zwei von denen. Äh... Da hätte ich jetzt gerne bald mal was. Um die loszuwerden. Wie sieht es mit noch mehr Fisch aus? Ich glaube, dass auf der anderen Seite einfach kein Fisch machbar ist, oder? Hier drüben ist auch kein Fisch machbar. Das ist schade. Das ist zu nah... Nahrung ist also Mangelware. Wir brauchen... Mehr Arbeiter. Mehr Arbeiter gehen immer. Gut. Lassen wir mal ein bisschen Food in der Hinterhand. Und dann brauche ich... Ja, Arbeiter brauche ich. Wood und Gold. Ich brauche auch irgendwann mal ein Warehouse. Aber das geht noch. Das geht noch. Eine Quarry habe ich auch noch nicht. Okay. Da war gerade einer an der Mauer und hat die angegriffen. Hat sich die darum gekümmert. Kann man wieder reparieren. Woodwall. Wird wieder... Repariert. Die... Die locken die her. Da laufen schon wieder welche her. Hier sehe ich doch auch gerade einen. Läuft da gerade einer her? Ne, da. Achso. Das ist in Ordnung. Da unten. Ne, der ist bloß in der Nähe. Ach, wir haben schon wieder so viele Rohstoffe. Naja, wenn die sich darüber bewegen können, kann ich mich ja auch darüber bewegen. Nicht wahr? So. So. Hier kann ich ja noch Nahrung bauen. Stimmt. Hier kann ich noch mehr Nahrung bauen. Sollte ich auch machen. Hier. Das dort unten macht mich nervös. Wo habe ich den Soldier hingeschickt? Wo ist der Soldier? Habe ich den da drunter geschickt irgendwann mal? Das ist neu. Und schlecht. Zugleich. Das wusste ich nicht. Das wusste ich nicht. Ich hätte gedacht, die achten darauf, dass ich keine Wege verblockiere. Deswegen laufen die vielleicht auch die ganze Zeit da außen rum. So, da ist eine, da. Hier ist jetzt dicht. Das Soldier noch an eine Stelle und dann ist gut. Dann haben wir wenigstens abgedichtet. Für all die Menschen. Für all die Menschen. Ähm. Ich habe schon wieder so viel. Aber ich muss... Ja genau, ich will ja mit dem Holz jetzt... ...hier schauen. Machen wir hier dicht. Wobei, ich kann noch ein bisschen weiter hinten dicht machen. Jetzt werde ich ein bisschen... ...greedy. Aber hier könnte man dicht machen. Dazu brauche ich einen weiteren Tower. Dann könnte ich nämlich hier noch Farmland bauen. Dann muss ich nochmal hier runterschauen. Sieben, acht... Ähm... Oh, shit. Oh, shit. Jetzt habe ich sie hier verbockt. Ähm... Tower. Machen wir hier einfach zu. Okay, hier einfach ein Stück Holz dazwischen. Wo ist der Soldier? Da ist der Soldier. Dann machen wir hier dicht an der Seite. Ähm... Hier ein Tor. Reicht sogar schon ein Tor. Hm. So ist es schöner. Müsste auch reichen. Und wir... ...machen hier noch dicht. Die kommen da recht nah an... ...an die Mauern. Aber bisher machen sie noch nichts. Das ändert sich noch alles. Das ändert sich noch alles. Das wird noch herrlich grässlich. So. Dann sind wir schon mal dicht. Beziehungsweise... Ähm... Wir kriegen es mit, wenn wir angegriffen werden. Oh. Noch mehr Beispiele. Auf die Beispiele. Komm schon. Gut. Das sind die ersten Verteidigungen. Die ersten Verteidigungsanlagen. Das läuft. So. Oh. Ach. Genau. Hm. Wir haben... Von den Ressourcen her... Nicht genug. Für was... Was brauche ich für eine Quarry? Noch mehr Holz. Jetzt habe ich genug. Under attack? Das ist blöd. Da ist einer hier hergekommen. Ich bräuchte eine Quarry. Eine brauche ich wenigstens. Eine Quarry. Für Stein. Da haben wir drei Steinen. Das wäre auch die Produktion, die er machen würde. Ach toll. Ich habe das verbaut. Hm. Da haben wir auch drei Steinen. Da haben wir auch drei Steinen. Dann nehmen wir die drei Steine dort unten. Ich will einfach mal eine Quarry, damit ich ein bisschen Steinproduktion habe. Cool ist diese Funktion, dass man alle auf einmal reparieren kann. At your service. For the human! Schön. So. Das nächste Ziel sollte es sein, automatische Verteidigung zu bekommen. Nicht Truppenverteidigung, sondern solche Verteidigung. Türme. Dementsprechend müssen wir jetzt mal schauen. Also an jeder Seite ist einer, der verteidigt. Fast. Okay. Hier vielleicht noch den Bogen schützen, damit er diese Rumstreuner dann am Anfang losbekommen kann. Schön. Quarry wird fertig. Wir haben Ressourcen. Ja, haben wir teilweise. Ich möchte gerne als nächstes die Fences brauchen. Wir könnten Towers bauen. Wie kostet der? Zehn Holz. Weil ich könnte theoretisch an jeder Stelle so einen Tower hinstellen. Dann haben die eine größere... Dann könnte sie sich da draufstellen. Und haben eine höhere Reichweite. Aber... Ja, ganz dringend brauche ich jetzt das da. Dafür brauche ich noch mehr Workers. Mist, ich habe noch nicht genug. Na, sehr arg. Feierlich. Ach komm, mach mal noch mehr. Einen kann ich noch machen. Husch. Da kommt wieder einer entgegen. Wichtig sind jetzt diese Türme. Dass ich die hinbekomme. Attention. Building complete is... Woodworkshop. Ja, dann mach mal direkt hier hin. Nein, dann mach mal nicht hier hin. Da könnte ich ja das Eisen abgraben. Dann können wir hier mitten rein machen. Riesenteil. Ein Riesenteil. Aber wir haben hier großen Platz für Industriegebäude. Während wir hier die Nahrung brauchen. So, das ist jetzt wichtig. In der Zwischenzeit. Ich habe wieder wenig Warworker. So eine Hunter Cottage. Wo produzieren die Food? Hier produziert der Food. Das wäre eigentlich ein guter Platz für ein Hunter Cottage. Mach mal. Mach mal. Mach mal. Mach mal. Das ist recht klein. Tut unsere Nahrung deutlich boosten, würde ich sagen. Für den Anfang. Für den Anfang. Und es kostet relativ wenig. Was kostet das? Es kostet nur Energie. Energie. Das ist wieder nächstes Thema. Energie könnte man wieder mal mehr brauchen. Oh, das war schon eine stärkere. Hier, die Balliste hält sehr gut auf. So. Haben wir fertig. Great Balliste erforschen. Bitte. So. Wir haben jetzt hier diesen Wood Workshop. Jetzt können wir holzbasierte Rohsachen bauen. Wir können den Looker Tower. Finde ich ziemlich lustig. Würde ich vielleicht sogar bauen. Ich finde ihn ganz praktisch. Steakstraps, also Spikes oder Holzflöcke. Cottage ist prinzipiell eine Holzhütte. Die Zelte kann ich dann upgraden zu Holzhütten, wodurch mehr produziert wird. Seht ihr ja. Acht Kolonisten anstatt vier. Vier Worker anstatt zwei. Und Gold ist auch um zehn gesteigert. Eine Farm. Sehr gut. Erstens mehr Kolonisten. Und zweitens Nahrung von Grünflächen. Market. Damit kann ich meine überschüssigen Sachen verkaufen und auch Sachen kaufen. Rohstoff kaufen. Stone Workshop wäre dann für die nächsten Technologien gedacht. Auf Steinbasis. Apropos Stein. Habe ich schon mal gesagt, dass Stein hier nicht so prickelnd ist? Hm. Naja, es geht. Vielleicht, wenn ich hier ausbreche, gibt es da irgendwo einen besseren Spot in der Nähe. Für Stein. Also, wir haben jetzt sehr viel Holz übrig. Was ich gelesen habe. Naja, habe ich es gelesen? Eigentlich weniger. Doch, ich habe es mal gelesen. Ähm. Doppelte Mauern sollen sehr gut sein. Wenn wir schon Holzüberschuss haben, sollten wir den... Oder ich mache die Wood Tower genau. Was kosten die? Nur Holz. Die sind nicht schlecht. Weil später packe ich da Sniper drauf. Und gut ist. Wo? Hier hin ein. Hier hin ein. Oh. Und schon fehlt mir das Geld. Toll. Sniper kann ich ja schon erforschen. Die kann man dann gut nutzen. Auch eine doppelte Wand. Doppelte Verteidigung ist angeblich recht gut. Doppelte Mauer. An einer Stelle, wo ich leider keinen habe. Da versuchen es zwei sogar direkt. Okay. Reparieren wir wieder. Scheinbar ist das eine Schwachstelle für mich. Gut. Was weiß ich dann? Dann machen wir es halt so. Machen wir es sicher. Da kommt keiner durch. Wie sieht es mit Holz aus? Habe ich Holz von Holz genug? Eigentlich kann man nie von Holz genug haben, oder? Es fehlen Worker. Technology researched. Farmen. 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 Für mehr Nahrung. Und mehr Nahrung bedeutet ich... Oh Gott. Ich kann jetzt sowieso. Ich habe so viel Nahrung. Ach. Ja genau. Durch die ganzen Hunter. Habe ich jetzt so viel Nahrung bekommen. Jetzt fehlt wieder was. Gold. Gold. Gold fehlt jetzt. Hier sind wir sicher. Der arbeitet fleißig. Der Energie ist auch vorhanden. Gold ist wieder vorhanden. Dann können wir gleich weiter bauen. Wir pflanzen hier alles voll mit Häusern. Was fehlt? Nix fehlt. Warum kann ich nichts bauen? Weil wieder was im Weg ist. Wir pflanzen hier all dieses nicht fruchtbare Land zu. Mit Zelten. Gut. Arbeiter habe ich jetzt wieder. Ich habe sehr viel Rohstoffe. Der kostet Gold. Ah. Gold ist die Schwachstelle gerade. Ein Lager brauche ich auch mal langsam. Warehouse. Braucht auch Gold. Ein Marktplatz wäre nicht schlecht. Attention. Building completed. Gold ist jetzt von Nöten. Gold, 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 Gold. Muss ich nochmal acht Stunden warten? Mh, mich wundert es übrigens. Du kannst da rein. Ja, Reichweite ist immer geil. Du kannst hier rein. Aber bitte locken nicht die anderen an. Gut. Schöne Verteidigung. Ähm. Mir fällt gerade auf. Ich habe noch gar nicht das Military Gebäude hier. Ihh. Das wollte ich auch machen. Aber erst will ich eigentlich ein Warehouse. Als nächstes brauche ich dieses Soldier Center. Stone kostet es. Ei. Das ist nicht so gut. Stone ist nicht so gut. Davon habe ich nicht so viel. Äh, das hätte ich doch lieber erst machen sollen. Weil die sind wichtiger am Anfang. Naja, wir müssen jetzt erstmal abwarten. Ein bisschen Gold farmen. Holz ist genügend vorhanden. Ah, ich könnte noch eine Ballister bauen. Aber ich brauche gerade die Rohstoffe. Eigentlich nicht. Was ich brauche ist, äh, einen Marktplatz. Was kostet die Farben? Wood. Sehr viel Wood. So. Wood, 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 wood. 50, ja. 50 ist wohl das Beste, was ich hier rausholen kann. Dann fangen wir an mit Farmen. Ihr seht, alles fruchtbare Land wird bepflanzt. Da wird halt 50 Nahrung produziert worden. Wo und das immer... Also, die bringt mehr als drei von diesen. Theoretisch. Können natürlich auch gute sein, aber normalerweise ist sie fast besser als drei von diesen. Die Farmen. Ah, das Lager ist fertig. Jetzt sehen wir auch... Ah, jetzt ist es wieder frisch. Wieder alles gut. Ähm, ne Quarry. Ich brauche mehr Steine. Aber ich habe leider nur schlechte Quarry... Nur schlechte Quarry-Places. Da ist auch noch einer. Was? Hier? Äh, ja. Hier wollen die durch. Ich brauche jetzt... Ah, jetzt kann ich es endlich bauen. Nein? Workers! Hm, ich habe es noch nicht erforscht. Gut, dann brauche ich noch ein paar Zelte. Einfach mal überall hinten Zelte klatschen. Das Schöne ist, in diesem Spiel, man kann irgendwo doppelt klicken und dann hat man alle zur Auswahl. Also auch hier später zum Upgraden, alles zur Auswahl. Da seht ihr 35 Stück. Ich könnte 35 Stück abreißen, will ich aber nicht. Das ist cool. Das ist gut gemacht. Ähm, ja. Jetzt habe ich die Worker. Ich brauche jetzt dringendes Soldier Center. Puh. Dann kann ich ein paar mehr Bogenschützen ausbilden. Die bräuchte ich dann bald. Genauso. Genau, ich brauche jetzt dann bald Bogenschützen und dann geht sie ab. Die sind eigentlich am wichtigsten im Moment. Neben, ähm, Cottage. Damit ich endlich die Häuser upgraden kann. Und in der Zwischenzeit werde ich natürlich auch darauf achten. Holz ist auf jeden Fall genügend da. Übrigens, es ist noch alles recht ruhig, meint ihr. Ja, es ist es, es ist es. Aber nicht mehr lang. Theoretisch. Irgendwann passiert nämlich etwas. Etwas Schlimmes. Machen wir erstmal hier hin, weil hier nerven sie mich am meisten. Ja, gut. Ähm, ich kann einen machen, weil Workers fehlen. Tag 15, denkst du? Kommt etwas. Oder 18? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob es so random ist oder immer derselbe Tag. Das weiß ich noch nicht. Ich weiß bloß, langsam, aber sicher muss ich aufpassen. Energy fehlt jetzt. Okay, Energy. Äh, falsch. Dafür fehlen Worker. Hm. Das ist ein Problem. Das ist ein Problem.